schon da mal zumal aufräumen ich denke mal so erledigt warum ich jetzt hingefallen es hat bestellt zumal geht's noch vor zwei beiden hat mit dem potestiert mit dem los ist kann auch d bei uns hier rein wir mussten dann ist es auch gut hier hast du hast du die agro weg so fahren wir doch mit der limousine ich wollte die man ein bisschen dass sie auch ein bisschen nicht vorhat und sowas wo willst du denn hinfahren keine ahnung leistung drehmoment ja da gibt der karte bis zum drehmoment ja kann nicht treten warum hat ich habe die gerade gemeldet warte ich will noch mal in garage ich habe die gerade ich habe die gerade gemeldet und dann war plötzlich mitten im modding bei ende hoch jetzt sind es überhaupt geschmiert ist der sechse sechse so wir sind wieder da irgendwie und ich und wir irgendwie war weg ja irgendwie hat Daniels spiel zerlegt du wolltest deine limo tune ja ich war gerade am limo tune war hier bei mir wo ich hin ich stehe noch da ich habe gerade die garage ausgewählt ach da bist du ja status q so wenn mich nicht alles täuscht sollte das jetzt eigentlich wieder funktionieren schon wieder warum nimmst du die scheiß limo immer wenn die sind june mann das mach ich gar nicht was machst du dann ich mach immer einfach ich stell mich vor dich und mach den du hanswurst lass mich jetzt mal fertig june lager geht das nochmal was soll das geht bestimmt nochmal dann dann ist er wieder bei dir im auto nicht in der zwischenzeit eigentlich einsteigen in deine karne ne kann ich nicht ist denn das doos dann erst einsteigen wenn ich fertig bin also ich meine mit dem auto fertig also das ist das möchte mich gerne nach hinten setzen und dann von deck aufmachen und dann hier oben stehen so die die unterboden nicht fahren so passt das ding ist jetzt hochgemalt bis zum geht nicht mehr außer nitro als alles warte wie viel tausend habe ich da jetzt weggeschleudert noch sechs tausend uns gibt bargeld hast du nicht du hast nicht alles diese komischen spikes für die reifen noch gar nicht ja die gibt es hier nicht ach so dafür muss man die werkstatt ok ne die gibt es bei dem auto glaube ich nicht bei allen autos ich habe keine ahnung man guck mal da steht was nettes glaube ich was ist das hier für ein auto ach torch ja wir machen den weg frei frisch getötet die karte erstmal schön beim backenländer kauen volksbankenleifer ist ein banken ey was denn das da was denn was da das ist hier versicherungsbetrug so was machen wir denn nehmen wir mal wieder einen auftrag an ja würde ich so empfehlen gibt nämlich vier stück meint sich nur glaube ich noch hin in der aufnahmezeit sie muss aus die um ist mit einstädt ja sie sich ja sie muss so ein früh ja irgendwie schon du auch so wie du fährst ja mich überdrift nichts wollte ich jetzt auch gerade hinzufügen aber danke ich habe irgendwie keine granaten merke ich gerade kommt da noch ein friendly fire auf den weg oder ich guck mal also bis 10 nach nehmen wir auf jeden fall auf da haben wir noch ein bisschen pappen ja wenn du jetzt geradeaus weiter fährst fahr mal geradeaus weiter da kommt gleich auf der linken seite da hinten wo die straße nach links abknickt da kommt ein friendly fire auf der linken seite ja da ist der aua die bullen sind schon wieder hinter uns her egal im friendly fire sind die gleiche kurz wieder aber noch ein headshot geben dankeschön ach das ist unser ja munition weeper drohne voll aufgeladen raketen wir müssen unbedingt eine mission machen ich habe nur noch 22 dollar irgendwie 22 du kannst aber geld mal wieder abholen habe ich schon gemacht gerade boah ne doch 8.261 hä warum hat der mir gerade 22 dollar angezeigt ach so habe ich mich vertan mit der munition das stimmt ja boah warum bin ich jetzt aus dem auto raus keine ahnung aber richtig gottlike deine internetverbindung ist glaube ich wieder ein bisschen buggy oder so ja oder die steamservers sind wieder am überlasten oder so weil ich bin nämlich gerade am rumlenken wie sau irgendwie gerade ich meine das ist nicht so astrein heute abend aber das ist ja immer um die uhrzeit hat er beim letzten mal auch angefangen naja morgen ist happy cadaver genau Feiertag und happy cadaver jawoll ja so highway it's the highway to hell nein bitte nicht singen bitte nicht singen highway to hell nein meine Ohren bluten highway to hell wow mach platz hier ausgelegen ja nix mehr hast du weit gesagt ach penis gott so mal hier ein bisschen spannung auf der straße bringen hier das macht boom boah das ding hier das hat einen wendekreis für drei panzer boah der stand gerade mit so einer kackstellung auf dem weg dann muss ich GPS transporter stehen im weg fahr fahr du sau du auch fahr verkehrsradis 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 oh da müssen wir hinzu Zimooo ja mit der tür ins haus fallen oh ist zu spät schuss schuss du wachst du Zeit at the same time at the same time schuss 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 ach was das ist die wo wir hundertmal versagt haben bei einer Probe aber haben wir echt so weit gespielt? ey meine Güte ja doch tschuldigung ich habe aber auch nicht mehr gedacht dass das so weit war aber es ist auch schon wieder eine einige Weile her also ich kann gar nichts mehr irgendwie zuordnen was wohin gehört von der Mission von der Reihenfolge die fahren schon wieder alle hier wie die letzten Penner Lackaffen ich habe einen Raketenwerfer ich spare dir den für die Hubschrauber ja ja ich weiß schon dass doch wieder die du weißt noch den Key den man hier drücken musste ich weiß es nicht mehr äh ehrlich gesagt jetzt nicht mehr doch y y schweiz 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 und anrufen und umschnurl steigt ein ihr Drecksweiber werden wohl doch die Fertschule ein Stück war ne dicke du kannst draußen bleiben die habe ich ja auch angeworben die habe ich ja auch angeworben der Ketten der Städte nicht die Gäge ein so lasse lasst dies doch nicht hier übergewichtig er ist es soll auch dicke Männer geben mit dem Kampfkoloss die die Kälte bis dabei einen deiner Begleiter zu verlassen scheißer mit zu wen haben wir verloren eine Minute drauf geschießen auch Mann wir haben vor rechts Schlagseite jetzt guck mal wer mit Schlagseite ich glaube nicht dass sie die Erleitung ist auch geplatzt meinte er liegt an mir du solltest abgewogen links wenn Junger fährst du hin ich fahr da hin oder wie mir sagt ich soll hinfahren nämlich jetzt sie muss die Noten abliefern so und jetzt wo wir die nächsten wir müssen uns beeilen die Zeit und so Quatsch war die Saison in der Ausfahrung müssen der hatte voll die Kackstellung hey da ist ein Tityshop ein T-Shirt-Shop können wir sowieso nicht haufen wenn wir der Mission sind ja leider aber wir können sonst merken dass er da war aber wir können da vorne hier die die Bitches holen fürs Blackjack später warte 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 ich werb sie an 5 wir sind vorliegen wir müssen an einem Auto eine eine nur hier muss noch ein bisschen nach dir jeder die der der vorherige rot Schopfer ja immerhin die bestimmte mal Feuer von der Haarbarbe rot mein Gott bist du verlaut da wie sagt geradeaus da wie sagt links da wie sagt wieder links ich habe die Klappe halten sonst fährst du so soviel zum Thema und nicht umgeendet Schalalalalalala arta Wir können ja mehr abgreifen Aktivität machen auf der Karte weißt du Und dann machen wir alle fertig hier, machen kaputt. Der Bulle schießt dir gerade das Hirn raus und du merkst es nicht mal. Ey, guck mal, da hinten gibt es... Aber warte doch, da hinten gibt es noch was zu kaufen. Lass da gerade mal hinsprinten, das Ding kaufen da. Nee, Foto machen. Und dann nehmen wir uns einen Auftrag. Oder ich gehe auch kein Foto machen, weil der meinte nämlich jetzt, umfallen zu müssen. Das sind mir die Liebsten, einfach umfallen. So, die Gas Station. 100 Dollar. So, wir nehmen das beste Auto, was kommt. Ich meine, das hier fährt wenigstens. Da haut ein Schwarzer drin, tut mir leid. Ich will nicht rassistisch wirken, aber ich brauche ein Auto. So, steige ein, Digga. Ist eine Karre vom Schwarzen, der Beifahrer haut noch drin. Jetzt nicht mehr. Der Tunnel der tausend geilen Passanten. Kannst du übrigens auch, wenn du ein Auto klaust, während noch ein Beifahrer drin sitzt, kannst du noch eine extra Mission starten. Dann musst du dem Angst machen, musst du voll durch die Stadt heizen und kriegst am Respekt am Ende und Geld. Echt, das geht? Mhm. Oh, Mann, ey. Mann, halt das Maul. Fahr! Schieß! Mann, muss man hier auch alles machen, ey. Guck mal auf den Tacho, wir müssen die Mission noch schaffen. Die schaffen wir noch, Junge. Nachbar, mach mal hier Feierabend. Also erstmal zum Start der Aktivität begeben. Jetzt, jetzt kommt die scheiß Beschützer-Dingens. Ups. Bist du sicher? Ja. Oh je. Wieder illegale Deals. Jetzt weißt du, warum ich gesagt hab, fahr. Pff. Pff. Ich find's geil, dass er das immer singen muss. Boah, scheiße, ich hab kaum mehr Munition, ey. Äh, hier auf der Straße ist irgendwo ein Friendly Fire. Egal, fahr zu. Ich hab noch die wichtigen Sachen wie Raketenwerfer und so. Und, äh, MP habe ich auch noch die Hälfte voll. Wichtigen Sachen wie Raketenwerfer. Und Vipa-Drohne. Ja, passt schon. Dann kümmere dich mal um den Hutschrauber. Ja, ja, schon dabei. Ne, den kann ich gar nicht hier verwenden. Wie geil ist das denn? Scheiße. Ich kann Raketenwerfer nicht benutzen. Dann hol mal eben manuell vom Himmel. Richtig, ich hab ja auch so schon schön drauf geschossen, also. Oh, hauptsache, die Bullen kommen hier in 5 Delegationen angefahren. Ey, gibt's hier was umsonst? Nicht, dass ich wüsste. Äh, boah, lecken, schon sonst wo, ey.